Ja, hi Leute, Wolfgang hier. Willkommen zu diesem neuen Video. Ja, das Video ist ein Teil einer kleinen Videoserie 7 nützliche TYPO3 Extensions. Das ist Teil 2 dieser Serie. Also wenn du das erste Video noch nicht gesehen hast oder vielleicht auch dann später die folgenden Videos, schau dich gerne mal auf diesem Kanal um. Da findest du auch die ganzen anderen Videos. Um was geht es in der Serie? Ich möchte einfach kurz nützliche kleine Extensions vorstellen, die entweder mir als Admin in einem TYPO3 System oder vielleicht auch meinen Redakteuren, den Kunden, wem auch immer, also jedem, der im Backend arbeitet, im Prinzip das Leben entweder ein bisschen erleichtern oder die eben nützliche Funktionen nachrüsten, die man ab und zu mal oder immer wieder mal braucht. Und bevor wir jetzt mit der nächsten Extension starten, noch ein kleiner Hinweis. Wenn dir Videos dieser Art gefallen, schau dich gerne mal hier auf dem Kanal um und abonniere den auch, wenn du das noch nicht gemacht hast, wenn du keine Videos dieser Art in Zukunft verpassen willst. Da würde ich mich sehr freuen, das würde mir auch helfen. Aber jetzt gehen wir direkt weiter zur nächsten Extension. Und zwar, gehen wir mal auf meinen Monitor, ist das die Extension CK Editor Font Awesome Add-on, nennt sich das Ganze. Damit kann ich also Icons von Font Awesome im CK Editor nachrüsten. Hört sich jetzt erstmal nicht so spektakulär an, ist aber recht nützlich, denn Font Awesome kennst du vielleicht, da kannst du ja Icons von allen möglichen Brands, sage ich jetzt mal, ob das jetzt Social Media ist oder andere Firmen zum Beispiel, oder natürlich auch so nützliche Icons wie Monitore, Save-Icons, was auch immer, kannst du da im Frontend eben nutzen. Diese Extension fügt also einen kleinen Button im CK Editor hinzu, mit dem ich oder meine Redakteure dann eben sehr bequem diese Icons nutzen können. Zur Installation muss ich nicht viel sagen, denke ich einfach per Composer oder Extension Manager installieren, so wie üblich. Und das habe ich jetzt in meiner Installation schon gemacht. Da gehen wir einmal direkt rein und ich zeige dir direkt erstmal, wie das Ganze aussieht und funktioniert, bevor ich dann noch ein paar kleine Details erwähne. Ich gehe jetzt mal in irgendein Content-Element hier rein, habe hier meinen CK Editor und hier ist dieses Icon, was jetzt hier hinzugefügt wird. Und jetzt kann ich eben an irgendeiner Stelle in meinem Text so ein Icon hinzufügen, mal beispielsweise einen Link zu meinem Twitter-Account als Beispiel. Kann ich hier draufklicken, kann jetzt hier noch einiges einstellen. Ich kann hier das Ganze zum Beispiel filtern, ich kann auch die Größe hier bestimmen. In welcher Größe möchte ich das Ganze eben ausgeben? Ich sage jetzt zum Beispiel mal hier zweifach, könnte hier noch diverse Filter-Eigenschaften hier bestimmen und so weiter. Und kann jetzt eben hier entweder mir einfach mal die Icons anschauen oder ich kann natürlich über diese Suchfunktion auch hier sagen, zeig mir mal bitte Twitter-Icons an. Dann habe ich diese beiden Icons hier, das Square, also mit diesem Rahmen oder ohne Rahmen, das ist jetzt egal, dann kann ich das anklicken, sage OK und dann wird das an der Stelle hier jetzt in meinem CK Editor eingefügt. Im Quelltext sieht das Ganze so aus, dass hier eben ein I-Element mit dieser Klasse hier hinzugefügt wird und durch die eingebundene Schriftart wird das dann dementsprechend halt dargestellt über diese Klasse. Ich kann dann hier noch einen Text ergänzen, zum Beispiel Twitter, und könnte den dann auch verlinken. Und hier jetzt ein kleiner Tipp oder eine kleine Schwierigkeit, ich kann jetzt das Icon hier nicht direkt auswählen und das Ganze verlinken, aber das kann man recht einfach umgehen. Ich werde jetzt hier mal einen Link auf eine externe URL zum Beispiel setzen. Set Link. Und jetzt ist der Text verlinkt, das Icon aber noch nicht. Wenn du das Icon jetzt auch verlinken möchtest, dann ist das Einfachste, man geht kurz hier in die Quelltext-Ansicht und verschiebt quasi einmal hier dieses A-Element, das Öffnende, dass das eben auch das Icon hier umschließt. So, jetzt ist das auch verlinkt. Wir können uns das Ganze auch mal speichern und anschauen. Und dann sieht das jetzt so aus. Gut, bei meinem Template ist jetzt hier der Haken, dass alle Links so einen Unterstrich haben, so einen Border-Bottom. Das ist jetzt halt in meinem CSS, so müsste man natürlich noch anpassen. Aber ansonsten, siehst du, funktioniert das Ganze. Es ist auch so, dass Font Awesome natürlich in deinem Template vorhanden sein sollte. Bei mir ist das jetzt schon der Fall. Ansonsten kannst du das Ganze auch steuern. Und zwar, wenn wir mal ins Template-Modul gehen. Hier bei Info-Modify kannst du ansonsten hier auch noch ein Static-Template einfügen. Das kann ich jetzt auch mal machen, ganz kurz. Das, um das mal zu zeigen. Und dann kannst du auch über die Konstanten steuern. Hier haben wir das. Ob das CSS geladen wird und woher es geladen wird. Also standardmäßig nutzt die Extension das Font Awesome CDN. Es wird also von der Website von Font Awesome geladen. Ist natürlich wieder so eine Sache. Datenschutz, DSGVO, bla bla bla. Musst du entscheiden, ob du das so machen willst. Ich würde allerdings empfehlen, das eher dann lokal runterzuladen. Das kann man ja machen. Und das Ganze dann von lokal eben einzubinden. Oder du hast vielleicht sowieso schon in deinem Template drin. Das ist bei mir jetzt der Fall. In meinem Template im Frontend war Font Awesome auch schon eingebunden. Zwar jetzt nicht die Version 6, sondern ich glaube die Version 5, wenn ich mich nicht täusche. Aber das hat jetzt tatsächlich funktioniert. Ansonsten müsstest du eben hier schauen, wie du das korrekt bei dir einbindest. Dann noch ein Tipp. Die Extension funktioniert quasi out of the box mit einer der Standard-Konfigurationen vom CKEditor. Es gibt ja Default, Minimal und wie war das andere nochmal? Diese große Konfiguration. Jetzt fällt mir der Name gerade nicht mehr ein. Da funktioniert das out of the box. Wenn du jetzt eine eigene angepasste Konfiguration für den CKEditor hast, dann müsstest du das noch einbinden. Das ist aber in der Dokumentation erklärt. Wenn du hier auf External Manual gehst, landest du hier auf GitHub. Und da ist das auch nochmal erklärt. Hier wird auch erklärt, wie man zu einer älteren Font Awesome Version zurückwechselt. Hier nochmal die Konstanten, die wir gerade eben auch gesehen haben. Und hier eben, wie du jetzt Font Awesome in dein eigenes RTE-Preset einbinden kannst. Also liest du das gerne mal durch, wenn du eben ein eigenes Preset nutzt. Ja, das zu dieser Extension. Auch ein ganz kurzes Video, wie gesagt, in dieser Serie möchte ich gar nicht so aufs Detail eingehen. Es sind auch Extensions, bei denen man meistens gar nicht viel konfigurieren muss. Und deshalb geht es relativ schnell. Aber auch das eben eine Extension, die ich eigentlich ganz praktisch finde, wenn man Font Awesome nutzt in seinem Design, in seinem Template. Dann kann es unter Umständen auch gerade für Redakteure vielleicht auch das Ganze dann ein bisschen einfacher machen. Ja, damit wären wir mit diesem Video auch schon durch. Wenn es dir gefallen hat, gerne einen Daumen hoch da lassen. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, damit du keine zukünftigen Videos verpasst. Und dann sehen wir uns ja spätestens in Teil 3 dieser Videoserie, würde ich sagen. Mach's gut. Bis dann.